So. Wähle deinen Gegner. Mach ich. Noch ist hier alles im Grunde genommen entspannt. Ich mache in der Arena Jagd auf Evante. Hm. Evante. Oh, oh, eh. Evante. Er wandte sich an mich, hier. Hm, hm, hm. Hm. Nun, mach ihn. Ja, das würde ich ihm ja auch fragen. Herr Spahn. Das Publikum grüßt euch. Hm, hm. Salve. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Wo seid ihr? Ach, das baut sich's. Hm, hm. Hm, hm, hm. Was du denn? Jetzt war mal dein neuer Feld freiwillig. Uh, uh, jetzt hab ich mich selber. So. Jetzt brauch ich euch. Komm, 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 komm. Ja, ja, jetzt. Es wird dann scheinbar ein bisschen schwieriger. Weg damit! Das ist ja in Ordnung! Oh nein! Die Mietze tatsen! Oh nein 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 nein! Aua! Wehe, ne? Ja, mach ich dir eigentlich. Ich will dir gerne behelfen. Ich helfe dir auch aufs Klo. Hm, später. Uh. Aha. Das muss ich auch messen. Ja. So. Hier ist es gerade ohne. Das ist halt ein Mädchen. So und jetzt schließt die ganze Zeit auf Miette frei gesaugt. Statt zu kämpfen, dann mache ich das auch. Eieieieiei, eine große Mietze tatsen. Scheiße. Scheiße. Ist die schon im Arsch? Äh... Eieieieiei. Das ist scheiße, ne? So. Die Tiger ist hier. Die Tiger ist hier. Die Besserung werden wir nicht verteidigen. Ja, das ist egal. Ja, löscht ich. So. Hab ich jetzt rausgelöscht. Hehehehe. Besser. Nein. Das. Du hast die Wante die Jägerin besiegt. Okay. Anscheinend ist das irgendwas besonderes. Wähle deinen Gegner. Mach ich. Ähm. Ich kämpfe Titus gegen den Fels von Athen. Ich werde den Fels von Athen zerschmettern. Ja, hoffe ich. Dass das so passiert. Hm. Hm. Ansonsten stehen wir ein bisschen dumm da. Ja, 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 ja. Na, ich sag ja, jetzt ist ja eigentlich alles noch entspannend, aber wenn die dann auf gleich einer Ebene kommen, dann, ähm, wird's, äh, ja, richtig blöd. Vor allem mit den Tieren. Hm. Ja, jetzt sind die auf, natürlich. Ja. So. Oh, oh, oh. Oh nein. 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 So, Freunde, nimm das. Nein, 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 nein. Das ist sauer. Ja. Dann, dann, aber nicht jetzt. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Alter. Oh Mann, ich sag halt, das ist, äh... Ach hör doch mal auf, damit zu jammern, junge Lappen. Ah, nicht da rein! Bist du wahnsinnig. Du kennst und du brennst und du merkst die gar nicht. Das ist scheiss... ...mehre, ey. Das war schon. Ja, hab ich jetzt. Äh, ach so, da kommt noch einer. Aha. Noch ein Stück näher. Kann ich dir noch nicht sagen, weil ich bin. Aber eine Frau auf jeden Fall. Kapeiter! Ach, ich schießt ja immer mit Feilen auf. Ach, ich schießt ja immer mit Feilen auf. Ah, und dann machen wir das auch, ne? Ja, ja, du, ich schießt ja auch auf mich so kottet. Kannst du mal mit zehn Fallen auf mich schießen, das spielt gar ne Rolle. So, erledigt. Ja, dann, komm ran auf den Meter. Kannst dich schon mal warm bluten gehen, du Trottel. Ich schaffe hier. Ohu! Oh. Oh. EQR! Oh, ja. Wow. How's Wettbewerber! Oh,v. ich so das war's ja das wird schon herter aber gut ja oh was ist denn mit ihm da oben oh ja seine Augen oh man Hüfttriebende Arena Kämpfer Moment Hüfttriebende Arena Kämpfer so Hüfttriebende da wo ist er denn? da unten guck an na sauber aber was ist mit den Kultisten? wo ist er? ah wir können aufdecken ja herrlich das tun wir auch direkt auch das ist doch die Athena ja na dann schauen wir mal ich führe alle die Gegend und sind zu den Toren der Unterwelt Möge der Kosmos mich leiten ähm Tor so als wenn man verfolgen und jetzt gucken wir mal auf die Karte wo der sein könnte wo könnte der denn sein? ah ich seh schon da auch tu scheiße auf Lesbos ja den will ich natürlich auch haben dann rasen wir dahin aber erstmal mach ich hier ne hab ich schon ist schon erledigt so äh hallo wähle deinen Gegner ja mach ich glatt ich kämpfe gegen äh was hat Vasilis der König der Arena Vasilis hat seinen letzten Gegner verschlungen ich hab erst gedacht Vaseline oder so aber ne Vasilis klingt ja fast so wie Vaseline Gleitmittel mh Eureka das ist so herrlich so schön Och Mensch Ja Wollt ihr die Besten? Ja Ja will ich So Nun was kommt jetzt? Ah da kommen sie Oho nicht da rein Oho So Naja Das ist immer noch falsch Stuttgart Wow Wow Ja Man merkt das Es wird heftig mal etwas Aber nur ein wenig Aua Aber diese Sperre Ich hasse diese Scheiße Ja Ei Ja Das wollte ich jetzt nicht Aber Wozu Bist du Ei Alter 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 Jetzt wird sie kritisch Jetzt lauft doch nicht da Hier Ich laufend in die Dinger da rein Ja Ja Na Ja Dann machen wir das gut mit die Götter Oh Jetzt werden die beiden Agro hier E Ich Sch 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 Ich Ich Jetzt setze dir auch Spannend Ja Ich 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 Ja Ja Oh Oh, wieso kann ich das Ding nicht einsetzen? Kann man da auch noch verahnen? Ja, ja, ja. Ich sag mal, bevor ich den zuschlagen kann. Ja, ja. 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 Was war? Hier bin ich. Was? Ja, ich bin nicht mehr aus Sparta. Ja, voll, du schönste Stecker. Geil so. Nee, was ist denn der? Oh, gibt er mehr. Oh, ja. Ey, wo schieße ich hin? Oh nein, nicht nach rein. Muss ich auch passen. Na, komm doch. Ist das alles, was du kannst? Nee, ich kann noch mehr. Aha. Ja, ja. Ja, aber jetzt hab ich die Fotos. Das ist ziemlich heftig, der Kamerad. Und die Package. Ja, das ist ziemlich heftig. Der Link ist der. Ja. 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 Ja, das war's jetzt. Ja. Sehr gut. Ja. Ja, ja gut. Ja. Ja, ja. 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 Vielen Dank.